Die Entdeckung der göttlichen Barmherzigkeit Wir haben über das Herz des Evangeliums nachgedacht. Dieses Herz, das in Jesus Christus die Offenbarung uns schenkt, dass Gott mit den Sündern erbarmen hat. Wir haben gehört von diesen Zeiten, in denen Theresia von Lisieux lebte, was Prägung mit sich brachte, Jansenismus und so weiter. Und was war jetzt dieses total Neue? Wir haben diese freudvolle Offenbarung entdeckt und wie sie den kleinen Weg auf einmal uns erschließt. Es war ein richtiger Atemzug frischer Luft. Ja, und was bewegte sie nun dazu zu beten? Mein Gott, du hast meine Erwartung noch übertroffen und ich will deine barmherzigen Taten besingen. Singen ist angesagt. Durch diese Wiederentdeckung im Evangelium hat Theresia auch die Freude des Evangeliums erschlossen. Und was ist das Evangelium? Wir wiederholen. Die gute Nachricht von Gottes Barmherzigkeit. Die Nachricht, dass Jesus ein Herz hat, das Herz des guten Hirten, der sogar die 99 Schafe zurücklässt, um sein einziges eines zu suchen, dem nachgeht. Der uns nachgeht, nicht weil wir so gut sind, sondern weil er gut ist. Dass er uns liebt. Nicht weil wir es verdienen, sondern weil wir es brauchen. Es ist die gute Nachricht, dass Gottes Liebe wie Wasser ist. Wie Wasser, das immer am niedrigsten Ort zusammenfließt. Dass Gottes Wege nicht unsere Wege sind. Gott lässt sich nicht von unseren Geschenken und Tugenden anlocken, sondern vielmehr von unserer Schwäche, Zerbrechlichkeit unserer Sünde. Das ist die Definition von Barmherzigkeit, welche er uns selbst gegeben hat. Ich darf euch vorlesen, Lukas 10, 30. Dieses Gleichnis des Christus selber uns erzählt. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie blünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halbtot liegen. Zufällig kam ein Priester des Weges herab. Er sah ihn und ging weiter. Auch ein Levit kam zu der Stelle. Er sah ihn und ging weiter. Dann kam ein Mann aus Samarien, der auf der Reise war. Als er ihn sah, hatte er Mitleid. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verbannt sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Am anderen Morgen holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, Sorge für ihn. Und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Der gute Samariter ist, Lukas 10, 37 betont es, der, welcher barmherzig an ihm gehandelt hat. Also, was ist Barmherzigkeit? Es ist, wenn Gott nicht an uns vorüber geht, wie der Priester, der Levit, sondern wenn er zu uns kommt, wo wir gerade sind, wie der Samariter. Er, der unsere Schwäche, unser Elend sieht und dann handelt, um uns zu heilen und zum Ort des Trostes und der Ruhe zu bringen. Mit anderen Worten, Barmherzigkeit beinhaltet zwei Dinge, Herz und Arme. Es ist Gottes Bewegtsein aus Mitleid. Wenn er unser Leiden sieht, Herz und seine Aktion, um zu lindern, Arme. Und das ist in Wahrheit, was beim kleinen Weg und seinen berühmten Aufzug geschieht. Wir haben davon gehört, Sie können das rückblickend im vorausgehenden Video, wenn Sie neu einsteigen, anhören. Ich empfehle den Beginn unserer 33 Tage zu verfolgen mit dem biblischen Fundament und uns weiterhin zu begleiten auf dem Weg zur Weihe an die göttliche Barmherzigkeit. Nun zurück, dieser kleine Weg, der über das Mitleid Jesu allen geschenkt wird, die das Leiden der kleinen Seelen erfahren, die danach verlangen, die Höhen der Heiligkeit zu erreichen, aber zu klein sind, die rauen Treppen von Vollkommenheit zu erreichen, zu besteigen. Es geht also um eine Tat Jesu, der uns auf seine Arme nimmt, nach unten greift, die vertrauende Seele, kleine Seele, aufhebt und sie in die Höhe platziert. Wie ein Vater, der sein Kind auf die Armen nimmt und die Stufen hinauf trägt. Also der Aufzug der Barmherzigkeit ist die Barmherzigkeit Jesu in der Tat. Die heilige Therese deutet dies selbst noch einmal mit einer, finde ich, bemerkenswerten Passage in der Autobiografie. Ich würde sagen, das sind ihre Lieblingswahrheiten. Ich muss nur das Evangelium aufschlagen. Im gleichen Moment kommen mir die Wohlgerüche des Lebens Jesu entgegen. Und ich weiß, in welche Richtung ich zu laufen habe. Ich stürze mich nicht hin zum ersten Platz, sondern zum letzten. Anstatt wie der Pharisäer nach vorne zu gehen, spreche ich voll Vertrauen das demütige Gebet des Zöllners nach. Vor allem aber arme ich das Verhalten Magdalenas nach, ihre verblüffende oder besser gesagt aus der Liebe geborene Kühnheit, die das Herz Jesu bezaubert. Dies hat es meinem Herzen angetan. Ich weiß genau, würden auf meinem Gewissen auch alle Sünden lasten, die man überhaupt begehen kann, so würde ich doch mit reuig, zerknirschtem Herzen hingehen und mich in die Arme Jesu werfen. Denn ich weiß, wie sehr er den verlorenen Sohn liebt, der zu ihm zurückkehrt. Nicht, weil der liebe Gott meine Seele in seiner zuvorkommenden Barmherzigkeit vor der Todsünde bewahrt hat, erhebe ich mich zu ihm durch Vertrauen und Liebe. Beginnen wir den Weg demütigen Vertrauens in die göttliche Barmherzigkeit. Lasst uns die Liebe Gottes genießen. Erweckt mit mir die Anweisung, die Therese ihrer Schwester Selin gegeben hat. Sie bringt uns immer wieder zurück zum Herzen des guten Hirten. Lasst uns hineintauchen in dieses Meer der Barmherzigkeit. Und sie sagt zu Selin, fürchte nichts, je ärmer du bist, desto mehr liebt dich Jesus. Er wird weit gehen, sehr weit, um dich zu suchen, wenn du dich einmal ein wenig verirrst. Oder wie Jesus es selbst bei Schwester Faustina sagt, je größer der Sünder, desto größer sein Anrecht auf meine Barmherzigkeit. Komm, heiliger Geist, Feuer der Barmherzigkeit, entschleiere für mich das Geheimnis des Herzens des Evangeliums, das Geheimnis des Herzens Jesu, seine zärtliche Barmherzigkeit für die Sünder. Und dann, wenn du dich einmal ein wenig verirrt hast, dann, wenn du dich einmal ein wenig verirrt hast. Und dann, wenn du dich einmal ein wenig verirrt hast, dann, wenn du dich einmal ein wenig verirrt hast.